Das Mähchen hat immer noch die gleiche Bedeutung als vor 100 Jahren. Das Mähchen ist enorm wichtig. Wir wachsen alle mit dem Mähchen auf. Wir brauchen Mähchen, und zwar Kinder und Erwachsene. Die Ausstellung selbst behandelt verschiedene Facetten eines Mähchen. Von hier im Orient, von dem wir natürlich von «1001 Nacht» sprechen, geht über zu den grossen europäischen Mählerzählern. Man kommt in den Rudigersten Raum, da geht es um eine schweizerische Mählerzähltradition. Und dann haben wir vor allem in den oberen Räumen das Thema Mähler und die Medien, wo wir sehr viele Filme zeigen, wo wir Kunst zeigen, wo wir zeigen, wie Mähler dann auch umgesetzt werden oder interpretiert werden. Die Künstler haben sich schon immer von Mähler inspirieren. Das Mähler ist natürlich auch ein Fundgrube an Fantasie, an Kreativität, an Imagination. Die Rundin Gerster war in 1939 an der Landesaustellung entdeckt. Dann erzählte sie das erste Mal für die Kinder das Mähchen für die Erpäine. Die Kinder sind ihr sofort an den Lippen gehangen. Sie hatte einen ganz schlagartigen Erfolg. Man muss aber dazu sagen, dass Rudi Gerstatt sich selber nicht einfach nur als Märl-Tante verstanden hat, die Bezeichnung hat sie gar nicht gern gehabt, sondern sie hat die Märchen auch immer bearbeitet, sie hat auch selber geforscht, sie hat sich sehr interessiert, die ganze Kulturgeschichte der Märchen. Sie hat es also durchaus verdient, dass man ihren ehrenvollen Platz in dieser Ausstellung einräumt. Es war wunderschön im Sommer auf dem Land aussen. Das Korn gel und die Wiese grün. Und mitten im Sonnenschein ist ein altes Bauer gut gelegen. Jede Kultur kennt Märchen, kennt Erzählungen, das ist ganz wichtig für das Selbstverständnis. Auch es ist wichtig für die Kinder zur Identitätsfindung. Märchen vermitteln auch Wert. Hollywood macht nichts anderes als Märchen produzieren. Wie zum Beispiel Pretty Woman, das ist nichts anderes als Märchen. Im Unterschied dazu, dass der Milliardär als Erlöser nicht mehr auf dem Schimmel daherreitet, sondern in einer weissen Stretch Limousine kommen zu retten. Aber auch die Glückspost bringt uns jeden Tag neue Märchen über Königshäuser. Und es entspricht einem menschlichen Bedürfnis nach Fluchtwelten, nach neuen Welten, nach Fantasien etc. Darum würde ich sagen, ein Märchen wird nie aussteben. Untertitelung des ZDF, 2020 Norbert meng Modi Witzensky